Wie geil ist das denn? Lachen darfst du auch. Das steht ganz gut, oder? Oioioioi. Gucken uns schon wieder alle an, als wären wir völlig mischugge. Wahnsinn. Wir sind wirklich eine unglaubliche Atmosphäre hier. Sensationell. Ein intuitiv. So, Freunde, jetzt ist es soweit. Jetzt stürzen wir uns gleich da rein. Alles Atletico-Fans hier vor dem Estadio Calderon. Vor dem Champions-League-Spiel Atletico gegen Real Madrid. Er weiß genau wo. Unser Augenmerk liegt natürlich in erster Linie bei Toni Kroos, den wir dann besuchen werden. Langes Interview mit ihm machen werden. Das ist ganz großes Kino. Und vielen Dank an den Max, an seinen Manager, der uns das alles möglich gemacht hat. Zeig ihn mal, dahin ist er, der Max, der das alles möglich gemacht hat. Hallo! Danke nochmal, Max, dass das möglich ist. Danke dem Toni, dass er es möglich gemacht hat. Wir hoffen, der liefert gleich richtig gut ab. Viel Spaß, wünsche euch alle. Danke. Also, Max und Toni haben das möglich gemacht, dass wir heute hier sind und dass wir eben morgen dann bei Toni ein ausführliches Interview machen. Freuen wir uns unglaublich drüber. Und jetzt aber auf ein hoffentlich geiles Fußballspiel. Ist das die Atmosphäre? Ist das die Atmosphäre? Ja. Kroos ist unsere beste Verpflichtung. Los geht's Madrid, großer Toni. Na klar Toni Kroos, der ist der Beste. Toni Kroos, wie immer, relativ unauffällig, wenig Fehler, hat das Ganze in Ruhe geregelt und freut sich jetzt schon wie Bolle auf das Gespräch, das wir mit ihm führen werden. Zu Besuch bei Toni Kroos in den Heiligen Hallen. Bisschen klein ist hier. Ja, bisschen klein ist hier. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ich weiß nicht, wie oft hast du Presseleute hier? Zuhause? Ja. Du bist der Erste und der Letzte. Da bin ich mir relativ sicher, wenn das Gespräch rum ist. Wichtigste Frage zum Anfang, Toni. Hast du getippt vor den NBA-Spielen? Da gibt es ja das Tippspiel mit Felix, ne? Jeden Tag. Jeden Tag. Heute noch nicht, aber jeden Tag gibt es die Tipps. Da sind wir in Kontakt. Und den Monat, muss ich zugeben, bin ich wieder hinten. Wie immer? Nein. Oft. Wie oft. Er hat mir gesagt, 4-1 war er nach Monaten irgendwie. Ist das richtig? Ja, das ist wahrscheinlich sogar richtig. Also nicht immer, aber oft. Aber meine Hoffnungen liegen ja auch auf den Playoffs, die jetzt langsam losgehen. Und dann muss am Monatsende der Verlierer dem Gewinner immer ein Geschenk machen. Ist das richtig? Richtig. Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, dann gibt es eine Überraschung für den Gewinner. Der Verlierer muss sich dann Gedanken machen. Und bisher war ich das halt leider meistens. Ohne zu indiskret zu werden, was schenkt man dann seinem Bruder? Was schenkt man ihm dann? Wie läuft das ab? Ja, also ich glaube zuletzt, er und seine Freundin haben sich zuletzt einen Hund geholt. Da gab es dann... Einen Fressnapp. Einen Fressnapp tatsächlich. Mit dem Namen drauf, den ich dann auch halb ausgesucht habe. Das war dann geklärt. Und dann gab es auch mal eine Dallas-Ausstattung mit Mütze und so weiter. Also bisher war ich immer recht kreativ. Aber ich hoffe halt, dass sich das Blatt auch irgendwann mal sendet. Woher kommt diese Begeisterung für Basketball und speziell für NBA-Basketball? Ist es bei Felix ausgeprägt? Ist es bei dir ausgeprägt? Woher kommt das? Als Steppkes schon vor der Kiste gesessen? Naja, das gar nicht so. Aber ich finde die Sportler einfach unglaublich faszinierend. Also ich bin immer auch Schreiner gewesen, der jetzt über das Fußball so ein bisschen hinausgeschaut hat, der sich für andere Sportler interessiert hat. Aber dann auch vor allem Basketball. Natürlich irgendwo der Boom kam ja so ein bisschen dann mit Dirk und den Mavericks. Gerade die Saison, wo sie das Finale verloren haben, ein paar Jahre später gewonnen haben und ab dann wirklich sehr, sehr intensiv verfolgt. So intensiv wie es geht hier, was die Uhrzeiten betrifft, ist es ja manchmal nicht so einfach. Aber ich bin da schon sehr, sehr begeistert, muss ich schon sagen. Will heißen, du hast dann auch den League Pass und guckst dir das dann am nächsten Tag an. Also man muss es ja nicht live nachts von drei bis sechs gucken. Muss man nicht, aber kann man. Das passiert tatsächlich? Ja, das passiert. Also ich bin mittlerweile wirklich so, also in der Saison geht es, aber gerade bei den Playoffs. Also wenn ich weiß, da läuft das Spiel von drei bis sechs, dann schlafe ich auch nicht ein. Also ich weiß, wenn die Mervs da wirklich ein wichtiges Spiel haben, dann bin ich eh schon unruhig. Und dann ist es wirklich besser für mich, ich gucke und schlafe danach ruhig als nächsten Tag. Das kann ich eh nicht dann irgendwie gucken, obwohl ich weiß, wie sie gespielt haben oder erst gar nicht gucken, wie sie gespielt haben. Da muss ich dann live dabei sein. Aber es geht natürlich nicht immer. Also es ist nicht so, dass ich vorne im Champions League Spiel die Nacht drei bis sechs Basketball geguckt habe. Das ist schon klar. Aber sobald es möglich ist mit meinem Plan auch, bin ich am liebsten live dabei auch nachts. Wahnsinn. Hat es schon mal einen persönlichen Kontakt zu Dirk Nowitzki gegeben? Also ich weiß, dass du ein großer, kann man glaube ich sagen Fan von ihm bist. Hat es da schon mal Kontakt gegeben? Also direkten Kontakt gab es jetzt noch nicht. Wir hatten schon mal so über Twitter und so weiter mal so ein bisschen Kontakt. Aber jetzt diesen großen persönlichen gab es noch nicht. Was ich mir aber auch natürlich schwer vorstelle. Ich glaube, man kennt seinen Plan. Die Saison ist brutal und dann natürlich auch Urlaub. Und dann, wenn er Urlaub hat, spielen wir dann auf einmal unsere Turniere EM, WM. Von daher ist es ein bisschen schwierig. Vielleicht kriegt man das irgendwann mal hin, wenn es der Zufall will. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht das, sag ich mal, wo ich nach strebe. Ich finde einfach faszinierend ihm zuzugucken bei dem, was er macht. Ich finde ihn als Persönlichkeit sehr, sehr faszinierend. Absolutes Vorbild. Und freue mich natürlich, wenn ich ihn vielleicht irgendwann mal kennenlerne. Aber ich finde das schon aus der Distanz sehr beeindruckend. Ist er vielleicht für viele Fußball-Superstars auch ein Vorbild in der Außendarstellung? Ich finde ja unglaublich faszinierend, wie er mit Fans vor allem umgeht. Also keine Spur von Allüren oder so. Nimmt man sich so jemanden dann, wie die Amerikaner es nennen, auch als Role Model, dass man sagt, da kann man sich was abgucken? Weil ich meine, ihr habt ja auch viel Trubel immer um euch herum. Ja, absolut. Also man muss immer so ein bisschen unterscheiden. Das ist meine Meinung. Natürlich finde ich es wichtig, dass man die Fans mit ins Boot holt. Und das macht er super, so wie man das sieht. Dass auch er wahrscheinlich nicht jeden Tag Lust hat, am besten noch nach einem verlorenen Spiel 1.000 Autogramme zu geben. Das ist auch normal. Das müssen dann auch mal die Fans verstehen. Also das ist ja immer so ein Wechselspiel. Aber ich finde es schon wichtig, dass man die Fans mit ins Boot holt und einfach auch in gewissen Sachen da ist für sie. Und das macht er natürlich überragend. Und da können sich glaube ich viele eine Scheibe abschneiden. Umgang mit den Medien ist bei ihm auch so ein Thema. Er stellt sich immer, das ist jetzt noch ein bisschen anders als bei euch in der Fußballnationalmannschaft, wenn die Basketballer spielen, gibt es immer einen Interviewwunsch aller Journalisten. Das ist immer Dirk Nowitzki, bringt mir den Dirk? Ist so immer die meistgestellte Frage. Er macht das auch nicht immer gerne, das weiß ich sehr gut. Aber er stellt sich immer, wie ist das für euch, oder für dich jetzt im Speziellen, ein Umgang mit Journalisten eher so eine lästige Pflichtaufgabe oder hat man auch mal Spaß dran? Teils, teils. Da muss man ehrlich sein. Natürlich auf der einen Seite gibt es gewisse Sachen, die einfach zur Pflicht gehören, sag ich mal, wenn es manchmal auch Pressekonferenzen gibt oder so, wo man einfach sich auch äußern muss zu gewissen Spielen. Das ist jetzt dann einfach auch mal Pflicht. Aber es gibt auch so Sachen, die man gerne macht. Man kennt ja auch dann, man lernt die Leute kennen, auch die Journalisten teilweise. Da gibt es halt auch zwischendurch welche, wo man es wirklich gerne macht. Oder Termine, auf denen man sich freut. Wie zum Beispiel. Darf ich sagen heute? Das nehme ich gerne zur Kenntnis. Wie gesagt, nochmal. Es ist für uns auch was Besonderes, dass wir heute hier sein dürfen. Ich habe mich ja auch informiert über dich vorher. Wen ich mir hier ins Haus hole. Von daher alles gut. Kommen wir mal auf so ein paar etwas vielleicht heiklere Dinge zu sprechen. Es gab auch Leute, als ich gesagt habe ... Hast du eigentlich gar keinen Zettel dabei? Wo es abliegt? Hast du alles im Kopf? Wir machen das so. Wir machen das so. Schön, dass du nachfragst. Da haben viele gesagt, ist das nicht so ein Phlegmatiker? Ich habe das immer wieder gehört, dass Leute gesagt haben ... Ach, sei mir jetzt nicht böse. Der ist doch ein bisschen langweilig. Der ist doch dröge. Kriegt der die Zähne überhaupt auseinander? Wo kommt das her, dass die Leute das von dir denken? Ja, das ist schwer zu sagen. Vielleicht machen das viele so ein bisschen an meiner Spielweise, die jetzt immer relativ kontrolliert, wo ich jetzt nicht sage, ich bin der spektakulärste Spieler, aber ich mache die gewissen Sachen, die vielleicht auch diesem Fußball-Fan, der halt nur auf diese spektakulären Aktionen vielleicht, was da am Schaufen, da am Schaufen passiert, die habe ich vielleicht nicht immer. Aber ich mache halt diese einfachen Sachen gerne und für mich ist immer das einfach aussehen zu lassen, das ist immer mit das Schwerste. Aber vielen fällt das vielleicht halt nicht so auf. Deswegen bist du vielleicht nicht so direkt im Mittelpunkt bei denen ... Aber warum transportieren sie das auch auf dein Wesen? Weil viele haben auch gesagt, ja, aber dann ist das doch so ein ganz ruhiger und ... Ja, weil es halt vielleicht nicht diese Riesenschlagzeilen über mich gibt, wo irgendwelche Sachen passieren im Privatleben oder sonst was. Ich bin halt eher ein Typ, der auch nicht alles gerne nach außen trägt, sondern der am liebsten zu Hause ist und nicht noch irgendwo loszieht. Ich habe meine Familie zu Hause und wenn ich da bin, fühle ich mich am wohlsten. Und es ist auch in erster Linie für mich nicht entscheidend, was dann andere irgendwie groß darüber denken. Aber ich glaube, alle, die mich wirklich kennen, die wissen mich einzuschätzen und die wissen auch, dass ich schon noch die Zähne auseinanderkriege. Wie gut kennt dich dein Bruder Felix? Ich glaube, am besten von allen würde ich einfach mal sagen, jetzt meine Freundin ausgenommen. Weil ich habe mir ja von ihm gleich einen abgeholt, als ich ihm die Frage gestellt habe, wie es denn ist im Schatten des Bruders, habe ich gleich links und rechts einen bekommen. Wie ist es denn im Schatten von Felix großzustellen? Schön, weil mich das als Bruder, ich kriege das ja auch mit, dass natürlich immer über ihn geschrieben wird, er steht im Schatten und so. Und wenn man sich dann anschaut, wie er sich entwickelt, wie er sich die letzten ein, zwei Jahre gemacht hat, dann ziehe ich da vor absolut den Hut und finde das viel bemerkenswerter als meine Karriere, weil er sich das viel, viel mehr erarbeiten musste, dieses Standing. Es ist ja heute noch so, dass viele sagen, der kleine Bruder in Bremen, aber der kleine Bruder ist Bundesligaspieler in Bremen, macht sehr, sehr viele Spiele dort und hat sich irgendwo seine eigene Karriere aufgebaut und das super hinbekommen. Von daher ziehe ich da absolut den Hut vor. Und wer uns beide kennt, weiß, dass das auch nur eine Geschichte von außen ist, dass wir uns gegenseitig alles gönnen, jeden Erfolg. Und von daher, unser Verhältnis ist top und da wird auch, egal was wer schreibt, wer im Schatten ist oder sonst was, das wird daran nichts ändern. Tauscht ihr euch viel auch über eure Leistungen, vielleicht auch über Entscheidungen aus? Wenn so ein Wechsel ansteht zum Beispiel, quatscht ihr dann darüber? Klar hole ich mir da auch, also gerade was den Wechsel im Sommer betrifft, auch mal eine Meinung von ihm. Das ist klar, aber unser Hauptthema ist auf jeden Fall nicht Fußball, wenn wir uns unterhalten, weil es wird so viel über Fußball erzählt, geschrieben und so weiter, da brauchen wir als Brüder jetzt nicht auch noch, auch wenn wir beide diesen Beruf haben, jedes Mal über Fußball diskutieren, das ist eigentlich zweitrangig. Aber wenn mal so eine Entscheidung ansteht, wie jetzt im Sommer, klar, da hole ich mir natürlich von ihm auch mal so einen Gedankengang oder letztlich natürlich auch ein Kenntnis davon, wie der Stand ist. Und er war ja dafür, dass es am Ende Manchester wird, weil er ein Manchester-Fan ist und da musste ich ihn dann enttäuschen. Und der war noch nicht ein einziges Mal hier, hat er uns erzählt? Ne, leider, leider. Ich bin jetzt knapp zehn Monate hier und er war leider noch nicht. Also nicht so, dass wir uns noch nicht gesehen haben, wenn nicht mal in Deutschland, haben wir uns schon gesehen. Aber er war noch nicht einmal hier, weiß nicht, ob er keine Lust hat. Ne, Quatsch. Er hat Lust. Ja, ja, das weiß ich. Er war der Erste, der hier wäre. Aber er hat halt auch mit Bremen auch ein straffes Programm und selten mal zwei, drei Tage frei, wo er einfach mal herfliegen kann. Das ist halt der Nachteil, wo viele andere Familien dann einfach sich mal am Wochenende, wenn halt frei ist, sich besuchen, ist das halt bei uns schwer. Dafür haben halt wir den Vorteil, dass wir von mir aus ab Mitte 30 vielleicht uns öfter sehen können. Ja, das ist das Berufsleben, das aktive Spielerleben ist ein bisschen früher vorbei. Das ist eine ziemliche Oase hier, wo du lebst. Genießt du, du hast schon gesagt, du bist ein Familienmensch, genießt du die Ruhe hier extrem? Direkt nebenan, Ronaldo, der nächste Musterprofi von Real, genießt du dieses etwas abgeschiedenere Leben? Es gibt ja auch kaum Interviews mit spanischen Medienleuten, das wird von Real ziemlich gedeckelt. Genießt du das? Ja, auf der einen Seite schon, weil in dem Verein ist eh genug los. Die Fans sind sehr, sehr enthusiastisch hier. Das ist nochmal ein Unterschied zu Deutschland. Also wenn du hier in die Stadt gehst und erkannt bist, dann kannst du eigentlich wieder fahren, weil die kennen diesen Abstand, den wir in Deutschland vielleicht noch haben, um dann zu sagen, guck mal und so weiter, den kennen die nicht. Da ist quasi Sehen, Chance, Nutzen und dann kommen sie auch. Das ist schon Wahnsinn hier in Madrid. Das wird irgendwo ja positiver Wahnsinn, weil die sehr enthusiastisch sind, die sterben für Real Madrid, die Fans hier. Und wenn sie, sag ich mal, entscheiden müssten, wofür sie abends ihr Geld ausgeben, ob für ein warmes Essen oder ins Stadion gehen, dann gehen die ins Stadion. Also dieser Enthusiasmus einfach für Real Madrid ist schon Wahnsinn. Und da ist es halt dann schön auf der anderen Seite, wenn man sagt, man wohnt ein bisschen zurückgezogen, man hat auch nicht jeden Tag drei Interviews. Da ist es schon schön, auch da so ein bisschen zu entspannen, weil ich eh eher der Typ bin, der lieber zu Hause ist bei der Familie, aber trotzdem versuche, so gut es geht, die Fans trotzdem teilhaben zu lassen. Kann auch schon mal passieren, wenn man zum Essen rausfährt hier, dass die Polizei auf einen zukommt und komische Gedanken hat, habe ich gehört. Die Geschichte musst du uns mal erzählen. Ich glaube, die haben gedacht, du hättest dein Auto geklaut. Ich habe mein Auto geklaut, ja, das habe ich auch kurz geglaubt. Nein, wir waren mit ein paar Freunden essen und dann wollten wir eigentlich wieder fahren. Freunde dabei gehabt, die halt ähnlich stark rauchen wie du. Darf ich das eigentlich sagen, dass du rauchst? Also ich habe gehört, ich habe gehört, dass... Vereinten, hat der Max verraten. Also ich habe gehört, dass du ab und zu einer raus, weil du auch ab und zu nervös bist, dann gerade bei Fußballspielen. Vor so einem Gespräch hier heute. Ja, oder bei Fußballspielen und so weiter. Und da waren wir, wie gesagt, Essen abends. Vorhin haben wir noch eine gerocht. Wir standen halt im Auto mit offenen Türen. Und vielleicht sah es ein bisschen verdächtig aus, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat sich die Polizei dann angehalten und war dann aber relativ schnell wieder besänftigt, als sie den Führerschein gesehen haben. Aber nicht vor Führerscheinzeigen erkannt? Nee, also es war auch schon dunkel. Aber ich glaube, relativ schnell war ihnen das dann so ein bisschen unangenehm auch. Dann sind wir wieder eingestiegen und wir konnten weiterfahren. Also ich durfte mein Auto behalten und durfte weiterfahren, ja. Wenn du schon hier sagst, dass ich hin und wieder ein Zigarettchen rauche, bist du wirklich so ein Musterprofi, extrem auf die Ernährung achten, extrem auf Regeneration achten? Jetzt würde man sagen, ja, das ist doch für einen Leistungssportler normal. Aber es wird immer wieder erwähnt, dass es bei dir schon echt krass ist? Nee. Fehlinformationen. Allein schon, wenn ich von nachts zwei bis fünf NBA gucke, das hat dann mit einem Musterprofi nichts zu tun. Nein, also ich tue schon sehr, sehr viel dafür, dass ich bei dem Rhythmus, ich glaube, diese Saison war wieder Wahnsinn mit der WM, alle Spiele, dann wenig Urlaub und dann von Anfang an wieder hier alle Spiele. Also das geht nicht, wenn du lebst wie ich. Nein, das geht nicht. Also es ist schon wichtig, dass du auf viele Sachen achtest. Aber ich würde nicht von mir behaupten, dass ich der Mensch, der sich am besten ernährt von allen Profis, also das wäre eine Lüge. Also ich genieße mein Leben auch. Das gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu. Aber wenn es dann an die Spiele geht, dann ist es schon wichtig, dass man einigermaßen vernünftig lebt, auch dann genügend schläft ab und zu, um dann fit zu sein. Das geht gar nicht anders bei dem Rhythmus. Aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass ich diese absolute Musterprofi bin, und dass sich alle alles von mir abschauen sollen, das besser nicht. In welche Richtung geht das jetzt? Wegen der Schlaferei? Ja, klar. Also ich gebe ja zu, dass ich ab und zu nachts die Spiele schaue. Aber ich habe ja auch gerade gesagt, ich kann sonst eh nicht schlafen. Aber eben Richtung Spiele schon absolut auch konzentriert bin und mich da gut vorbereite. Also das auf jeden Fall. Von den Nachbarn sagen das auch alle, dass das so ein Musterprofi ist. Ich will jetzt gar nicht zu viel über Cristiano Ronaldo sprechen, da wird so oft darauf angesprochen. Aber da als jemand, der dicht dran ist, ist das wirklich so ein Wahnsinniger, als Erster zum Training, als Letzter weg und immer extrem fokussiert? Ist er schon, ja. Ist er schon, muss man wirklich sagen. Also wenn er jetzt noch seine Party so ein bisschen besser legen würde, dann wäre das natürlich ideal. Nein, also er ist schon, dass er da wirklich jeden Tag an sich arbeitet, will jedes Trainingsspiel gewinnen. Und es ist Highs of Tore. Ich glaube, anders geht es auch nicht. Sonst erreichst du diese Quoten nicht. Neben der Qualität, die er hat, ohne diese Einstellung, glaube ich, auch so eine Parallele, wenn man den Film auch da vom Nowitzki gesehen hat, ja dieses Talent und das ist alles schön und gut. Aber diesen Willen an sich zu arbeiten, dieses Talent zu etwas ganz Großes zu machen. Und ich glaube, das hat er. Und anders erreichst du diese Quoten, die er hat, einfach auch nicht. Du hast gesagt, Zeitpunkt der Party. Es ging, glaube ich, um seine Geburtstagsparty. Du warst nicht da. Ist das richtig? Weil du gesagt hast, Zeitpunkt passte einfach nicht. Hat er dir das übel genommen? Nein, ach Quatsch. Er hat mich eingeladen, zwei Tage vorher. Und ich habe ihm da schon gesagt, du weißt schon, dass wir vorher das Spiel gegen Atlético haben. Das wird kein einfaches Spiel. Vielleicht hättest du es lieber nach einem Heimspiel gegen Getafe gelegt. Aber an diesem Tag sollten wir ja dann tatsächlich 400 verlieren. Und da fand ich das für mich, also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, er hätte jetzt diese Party absagen sollen. Ich glaube, es ist schwierig, wenn du eine Party hast mit 300 geladenen Gästen, eine Geburtstagsparty, die dann zwei Stunden vorher abzusagen. Sollen wohl auch wirklich viele Kinder eingeladen gewesen sein und wenn er dann nicht kommt oder das absagt, auch nicht. Aber ich habe halt für mich entschieden, dass ich sage, ich gehe da nicht hin, weil der Zeitpunkt jetzt nicht passt und man sich ja zumindest, wenn man ein, zwei Schritte weiter gedacht hat, gerade hier in Spanien, denken konnte, dass das jetzt auch nicht intern bleibt und darüber natürlich auch. Von daher habe ich für mich einfach gesagt, dass auf das passt. An dem Abend nicht nach einem 0-4 gegen den Stadtdrehwahlen und was draus gemacht werden kann, von daher. Aber ich finde es jetzt auch nicht dramatisch, dass diese Party stattgefunden hat, das auch nicht. Wir haben schon darüber gesprochen, dass du großer Fan von Dirk Nowitzki bist. Du bist auch ein Tennis-Maniak, wenn man Twitter verfolgt kommt. Dass ich überhaupt hier gerade spreche. Ich glaube, der Roger spielt gerade in Monaco. Ja, ist Monte Carlo gerade. Erste Sandplatzturnier. Federer ist auch jemand, der dich fasziniert. Das bekommt man auch mit Wimbledon-Finale. Hast du dir auch schon mal gegeben? Woher auch noch diese Begeisterung für Tennis oder Sportmaniac? Ja, Tennis und Basketball, das sind so außer Fußball meine absoluten Favoriten, meine Sportarten. Man macht das ja manchmal auch einfach an Personen fest, die man so mag, die einen faszinieren. Und da würde ich halt einfach Roger ganz klar nennen, weil er auch nicht nur als Spieler, sondern auch als Persönlichkeit mich unglaublich fasziniert, unglaublich einfach auch bodenständig rüberkommt. Ich meine, ein paar Turnierchen hat er gewonnen, glaube ich. Ich glaube, für mich ist er der Beste aller Zeiten oder zumindest den Besten, den ich gesehen habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da nochmal eine Steigerung geben wird. Aber dann trotzdem so zu bleiben, auch immer noch, ich glaube, er ist jetzt 33, diese Motivation zu haben, zu jedem diese Turniere zu fahren und gewinnen zu wollen und ihm das auch anzumerken, finde ich absolut beeindruckend. Und nebendran natürlich, wie er so ein Tennisspiel interpretiert mit einer gewissen Eleganz und alles. Ja, er spielt so schön, ne? Wenn ich das mit Djokovic oder Nadal vergleiche, ist das schöner, oder? Es ist viel schöner und das mag ich auch. Ich mag auch gerne schön Fußball spielen, da mag ich auch schön Tennis spielen. Nein, alles sieht unglaublich aus, wie er Tennis spielt. Und einfach dieses, wie er immer noch Lust hat, Spaß daran hat, wie man das merkt und nach wie vor auch gewinnen will, nach allem was er erreicht hat, da muss ich schon sagen, richtig gut. An einem Tag zur gleichen Zeit. Roger Federer nochmal im Wimbledon-Finale, egal gegen wen. Dirk Nowitzki nochmal im NBA-Finale, Spiel sieben. Gegen Atlanta mit Dennis Schröder, sagen wir jetzt mal. Ich habe für beides Karten und lade dich ein. Wo gehen wir hin? Pff, am besten wir teilen uns auf. Na, ich glaube, da ich glücklicherweise das Wimbledon-Finale von Roger gegen Murray live gesehen habe, zwei Plätze hinter Prinz William und das einmal live hatte, glaube ich, würde ich in dem Fall zur NBA gehen, denke ich. Aber auch nur, weil ich das andere schon hatte und ihm da live und er gewonnen hat und alles super war, würde ich, glaube ich, in dem Fall zu Dallas gehen. Verfolgst du auch Damen-Tennis? Die Mädels, Lizicki, Kerber, Petkovic, verfolgst du das auch so? Oder ist das auf Männer- und Herren-Tennis beschränkt? Also ich finde schon Wahnsinn, wie auch Frauen-Tennis, also das kann man sich schon angucken. Also das muss man ganz klar sagen. Also das ist jetzt dieser Spagat zwischen Frauen und Männer-Sport ist, glaube ich, in vielen anderen Sportarten dieser Unterschied viel, viel größer als beim Tennis. Also ich finde schon, dass auch die Frauen richtig, richtig gut Tennis spielen und dass wir da, glaube ich, aus deutscher Sicht, glaube ich, nochmal einen Tick besser aufgestellt sind als bei den Herren. Auch wenn der Roger wenigstens Deutsch spricht, aber das bringt uns ja auch nichts. Gut, was natürlich vielleicht im Endeffekt dann irgendwann mal fehlt, ist so ein großes Turnier zu gewinnen. Ich glaube, dieser letzte Punch hat jetzt bisher immer gefehlt bei den deutschen Damen. Aber ich glaube, da sind wir als Team im Fat Cup spielen jetzt in Russland. Ja, ich habe das Dings gesehen, da warst du ja, glaube ich, auch. Fat Cup-Finale in Prag? Ja, und da hat mir halt der letzte Punch auch so ein bisschen gefehlt, da muss ich sagen. Also ich glaube, die spielen super Tennis. Ich glaube, wir haben da vier, fünf richtig, richtig super Damen dabei, die absolut auch Weltklasse sind, glaube ich. Aber so dieses große Turniergewinnen, ich glaube, das kann noch kommen. Das spielen wir denen jetzt vor, das wird... Als Motivation, als Motivation, sehr gut. Nein, also ich schaue das auch sehr gerne, muss ich sagen. Also bin auch in die Richtung gern Tennis-Fan, aber hoffe natürlich, dass auch dieser große Erfolg da noch irgendwann mal... Hab natürlich da auch gehofft, Lesiki-Finale, Wimbleden-Finale. Aber genau in diesem Augenblick, da hat halt bisher immer noch so ein bisschen was der letzte Tick noch gefehlt. Wie motivierst du dich? Nee, Frage vorneweg, musstet ihr als Weltmeister, als ihr hier zu Real gekommen seid, musstet ihr einen ausgeben? Wie haben die Spanier reagiert, die vier Jahre vorher den Titel gewonnen hat? Dann kommt ihr hier als Deutsche und habt den Weltmeister... Ja, die hatten erstmal genug mit sich selbst zu tun, nach dem Vorrund aus und die Anfeindungen oder die Sprüche, die ich hätte vielleicht erwarten können nach dem 4-0 von Real gegen Bayern, die hatten sich natürlich erledigt nach der WM. Das war auch ein guter Start für mich, hier reinzukommen. Von daher war es eigentlich recht harmlos. Aber sie haben immer schon, auch gesagt, immer schon riesen Respekt vor Deutschland gehabt. Also wie sich auch der deutsche Fußball entwickelt hat und auch gerade nach der WM war natürlich ein guter Einstieg auch für mich hierher zu kommen. Ja, die Spanier waren noch nicht so begeistert von der WM, waren auch schon zwei Wochen im Training, weil die ja schon ein bisschen früher und so weiter. Nein, also es war kein Nachteil als Weltmeister herzukommen, das kann man schon sagen. Merkt man dann, dass das wirklich noch eine Spur mehr Respekt einem entgegenbringt? Also jetzt gar nicht von den Fans, von den Journalisten, wirklich mannschaftsintern, dass die sagen, ja Mensch, geile WM hat der Kerl gespielt. Ja, also ich glaube, ich hatte sowieso einen kleinen Vorteil, weil ich eh schon von einem großen Verein gekommen bin. Also Bayern München, glaube ich, ist ja sportlich gesehen auch absolut auf Augenhöhe mit Real Madrid. Und von daher wussten die schon, dass da einer kommt, der ein bisschen kicken kann. Das, glaube ich, war denen schon bewusst. Aber natürlich ist es vielleicht vom Ansehen, vom, und wenn so das Unterbewusstsein ist, wenn man einfach reinkommt in die Kabine, du kommst als Weltmeister, das gibt dir eine gewisse Ruhe, ein gewisses Selbstvertrauen. Aber eben auch die neuen Teamkollegen wissen schon, dass wir da keinen Blinden verpflichtet haben. Wie gehst du mit Erfolgen um? Sonnst du dich, feierst dich selbst oder hackst du sowas relativ schnell ab? Ich glaube, man muss einen ganz guten Mix finden. Auf der einen Seite geht es halt bei uns relativ schnell weiter dann einfach immer. Nach einem kurzen Urlaub geht es dann zu Real Madrid, da hast du die neuen Herausforderungen und so weiter. Aber ich glaube, wir sollten trotzdem nicht vergessen, auch gewisse Sachen zu feiern. Und was sollte man feiern, wenn kein WM-Titel? Also wir haben das schon gefeiert. Ich habe da auch schon im Urlaub, haben wir das schon auch gefeiert, ausgiebig. Und ich denke, das sollte man auch tun, weil irgendwann, ich kann nicht auf Knopfdruck sagen, so in zehn Jahren feiere ich jetzt den WM-Titel nach, weil dann meine Karriere vorbei ist. Das ist dann eine schöne Erinnerung und das wird auch immer bleiben. Aber man muss den Moment dann, glaube ich, auch genießen und das habe ich auch getan. Sein dir gegönnt. Hast du noch viel Kontakt zu alten Spätzeln aus der alten Heimat? Gibt es das noch oder ist sowas unmöglich? Welche alte Heimat meinst du? Gehen wir mal Richtung Rostock, gehen wir mal in die Richtung. Gibt es da noch irgendwelche Kontakte persönlicher, privater Natur? Also jetzt zu ehemaligen Spielern und so eigentlich wirklich ganz wenig. Ich habe meine Eltern noch dort, die noch in Rostock sind. Mein Vater trainiert die A-Jugend noch dort. Also es ist schon noch ein bisschen was geblieben. Der Verein hat jetzt leider keine so herausragende Entwicklung genommen. Wenn wir dann weitergehen, Kontakte nach Leverkusen zum Beispiel, gibt es noch einige. Also aus meiner Zeit dort, wo ich mich auch sehr, sehr wohl gefühlt habe. Und auch heute haben wir noch, also sag ich mal, wenn wir in Madrid, wenn wir nach Deutschland fliegen, dann fliegen wir immer nach Köln und nicht nach München. Weil Köln eigentlich damals so immer unser, haben wir uns sehr, sehr wohl gefühlt. Immer so unser, haben wir direkt irgendwie zu Hause gefühlt. So diese anderthalb Jahre. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt mir der Schlag als so einen Tick eher entgegen, weiß ich nicht, als der Münchner. Aber wir haben lustigerweise über die anderthalb Jahre in Köln viel, viel mehr Kontakte, Freundschaften geknüpft, als über die fünf, sechs Jahre in München. Also es soll jetzt nichts gegen München heißen, aber es war halt einfach so. Und deswegen haben wir überlegt, okay, was haben wir jetzt als Anlaufpunkt in Deutschland, wenn wir jetzt in Madrid sind. Und da war auch ganz klar die Bedingung von meiner Freundin, wenn wir hier nach Madrid gehen, dann will sie auf jeden Fall, dass wir ein Haus in Köln haben. Und den Wunsch habe ich hier erfüllt. Das ist ganz spannend. Ist das die Mentalität? Weil das ist ja spannend. Anderthalb Jahre Leverkusen, fünf, sechs Jahre Bayern. Ist das irgendwie zu erklären? Schwierig. Ich glaube, es war damals, damals war es für uns ein Vorteil, weil ich nach Leverkusen bin. Und es war eine sehr junge Mannschaft, sprich auch oft sehr junge Partnerin. Für meine Freundin vielleicht auch der Bezug ein bisschen einfacher als der München. Es wäre so ein bisschen in Anführungsstrichen Schickimicki. Und sie ist halt nicht der Typ von Schickimicki, sondern auch sehr, sehr bodenständig. Und dann kam mir das sehr entgegen. Vom Alter hat es dort mehr gepasst. Und so kamen einfach viel schneller irgendwelche Freundschaften zustande. Und ich habe mich in beiden Mannschaften sehr, sehr wohl gefühlt. Immer schon. Aber ich habe auch heute noch wirklich gute Kontakte. Stefan Reinhardt nach Leverkusen. Und deswegen war ich auch da schnell einverstanden, als dieses Haushenken gefordert wurde. Kurz nochmal zu Bostock. Hansa hat keine leichte Zeit. Da gab es ja jetzt auch dieses Benefizspiel zugunsten des Vereins zwischen Paule Beinlich und mit seiner Mannschaft gegen Material, Musiker und seiner Mannschaft. Verfolgst du das noch, was sich bei Hansa tut? Wie die sich entwickeln, dass sie wieder auf die Beine kommen, wirtschaftlich vor allem? Ja, also ich verfolge schon, klar. Also, ich meine, sie waren unglaublich lange Jahre. Erstliga ist, ich glaube, zehn Jahre am Stück. Das ist vielleicht auch keine Normalität mit den Möglichkeiten, die da waren. Dann waren sie abgestiegen und dann ging es eigentlich wirklich bergab. Und viel wurde dort gewechselt. Ich glaube, sie hatten jedes Jahr drei neue Vorstände und zwei neue Trainer. Ich glaube, die zahlen sie heute noch. Und so geht es halt dann immer bergab, wenn du eh schon wenig Möglichkeiten hast. Du hast ein Erstligastadion damals gebaut. Das ist unglaublich teuer, sag ich mal. Du spielst aber dritte Liga. Also, das passt einfach nicht. Und dann hast du handelnde Personen, die vielleicht von der ganzen Angelegenheit auch nicht den besten Plan haben. Also, ich verfolge das schon noch, kriege natürlich einiges. Oder so ein bisschen von meinem Vater auch mit, der in dem Verein noch sehr aktiv ist. Hat der mal gesagt, Mensch Toni, kannst du nicht helfen? Ja, was soll ich da machen? Nach Rostock wechseln? Ne, ich meine, wie soll ich helfen? Ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man es realistisch sieht. Damals für meinen Wechsel mit 16 von Rostock nach München hat der Verein knapp über eine Million bekommen für einen 16-Jährigen. Plus ein Freundschaftsspiel von Bayern war das Stadion voll. Für meinen Wechsel jetzt von München nach Madrid ist ja das immer noch so geregelt, dass ich sage, ich will nicht, lass mich nicht lügen, aber hat der Verein noch mal knapp 200.000 Euro bekommen. Ja, was soll ich noch machen? Ne, ich soll ja auch. Wieder weiter wechseln? Nein, aber da fragt man sich natürlich auch irgendwo, zumindest aus der Ferne. Ich bin in dem Verein absolut nicht mehr drin. Ich bin auch nicht so gut informiert. Mich interessiert es aus der Ferne und sie haben sich jetzt sportlich so ein bisschen berappelt. Es sah ja lange jetzt auch aus, dass sie sogar aus der dritten Liga absteigen. Aber jetzt haben sie wirklich paar Punkte geholt. Aber das ist für mich schwierig zu greifen manchmal auch, was da passiert aus der Ferne. Aber ich frage mich dann trotzdem manchmal, wie sie teilweise mit finanziellen Sachen umgehen dort oder wo das Geld bleibt. Natürlich helfe ich gerne und ich weiß auch, ich hatte eine schöne Zeit dort. Ich war vier Jahre dort, konnte mich dort gut entwickeln. Aber trotzdem ist es mir dann halt manchmal so ein bisschen fremd, wenn viele sagen, ja warum hilft er denn seinem Verein nicht? Der Verein hat ihm so viel gegeben. Das stimmt. Ich habe mich dort wohl gefühlt. Aber die vier Jahre, die ich dort war, davon hat mich dreieinhalb oder drei Jahre mein eigener Vater trainiert. Und der hat mir viel gegeben. Also das hätte er mir auch auf einem anderen Trainingsplatz wahrscheinlich gegeben. Also ich fühle mich schon noch so ein bisschen verbunden. Aber eben nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt der, der den Verein wieder aufpöppen muss. Das stimmt einfach auch nicht, weil da ist viel zu wenig Verbindung. Also mein Vater trainierte der Jung, das war es an Verbindung zu Hansel Rostock. Ja, ist ja ganz gut, wenn man das mal erzählen kann. Ja, es ist auch so. Rostock, Leverkusen, Bayern, Real Madrid und dann? Schluss. Schluss. Nein, es ist ja, ich meine, es ist ja so eine allgemeine Floskel und die wollte ich eigentlich in so einem netten Gespräch wie hier eigentlich gar nicht. Aber du weißt… Drück's anders aus. Ich drück's anders aus. Oder hau erstmal die Floskel raus und überlegt werden. Ja, ja, alles klar, so machen wir's. Also, man weiß im Fußball nie, wie lange man wo ist. Und gerade bei Vereinen wie Bayern München, Real Madrid geht's halt oft schnell. Nein. Ich habe hier für sechs Jahre unterschrieben. Das habe ich nicht einfach mal so aus Lust und Laune gemacht, sondern schon, habe mir das schon überlegt. Auch die Dauer, wenn dieser Vertrag ausläuft, bin ich 30, bin jetzt 25, hört sich noch so ein bisschen langfristig gedacht an. Aber ich habe schon den Plan, länger hier zu sein. Ich würde dir das jetzt nicht unterschreiben, weil es kann immer viel passieren, das ist einfach so. Aber ich habe sechs Jahre hier unterschrieben, das heißt jetzt ab Sommer noch fünf. Und Stand jetzt habe ich das absolut vor, hier eine lange Zeit zu bleiben, weil ich glaube, dass diese… Wenn dann geht's ja darum, wenn du von Bayern zu Real Madrid wechselst, geht's ja eigentlich darum, was anderes zu machen. Du bist, sag ich mal, sportlich glücklicherweise schon oben angekommen. Ob du jetzt bei Bayern, Real Madrid, Barcelona spielst, das ist ein Level in meinen Augen. Ich wollte einfach was anderes machen und auch nur darum wird es dann wieder gehen, wenn man jetzt irgendwann überlegt, von Real Madrid wegzugehen. Dann wird es auch nur wieder darum gehen, man will nochmal was anderes machen, was anderes erleben, vielleicht nochmal ein anderes Land. Aber das ist halt aktuell nicht der Fall und ich habe wirklich bewusst lange hier unterschrieben. Wie muss ich mir vorstellen, wie kommt so eine Entscheidung dann zustande, wenn man sagt, okay, das Angebot von Bayern war sicherlich auch nicht schlecht. Mit dem Berater, mit der Freundin, mit der Familie, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also ich kann da natürlich nur für mich sprechen. Bei mir war es recht einfach, weil ich eine Freundin habe, die gesagt hat, du machst das, ich gehe überall hin mit dir, wo es hingeht. Das macht es einem natürlich schon einfach, weil es gibt wahrscheinlich auch Beispiele, die sagen, ich will unbedingt hier bleiben oder ich will unbedingt dahin. Also das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Ich berate eigentlich das Gleiche. Wir hatten von Anfang an eine ganz klare. Aber da spielt doch auch das eine Rolle. Natürlich. Hört man doch immer wieder bei Wechseln. Ja, aber du kriegst ja auch, das ist ja auch bekannt als Berater, auch gute Provisionen, wenn du bei einem Bayern längerfristig verlängerst. Also auch da wird man durchkommen irgendwie. Nein, also auch von der Seite ganz klar, pass auf das, was du willst. Natürlich, Berater hat die Aufgabe, dir die, die, die und die Option zu geben. Aber entschieden habe am Ende ich. Natürlich kann man mir eine Empfehlung geben, aber am Ende war es meine Entscheidung. Und wir hatten eine gemeinsame Strategie. Wir haben Bayern einfach unsere Forderung gesagt, von Anfang an. Die hat sich nicht verändert, von Anfang an. Das war, sagen wir mal, Winter. Also ein halbes Jahr vor der WM quasi Winter. Und wir haben einfach gesagt, so und so. Und dabei bleiben wir. Das war bestimmt selbstbewusst, so wie ich auch bin. Aber auch mit einer Genussensohnen-Selbleinschätzung. Ich war absolut Stammspieler bei Bayern. Der Trainer hat mich immer spielen lassen. War ein Fan. Und ich fand das einfach, oder fand das absolut gerechtfertigt. Und wir haben nie einfach unsere Meinung verlassen. Sind dabei geblieben. Und haben uns halt am Ende der Tage nicht geeinigt. Und deswegen gab es dann die Option. Real Madrid war dann für mich vom Gesamtpaket die beste Option. Und dann ging das Gott sei Dank recht schnell. Ich hatte ja nur noch ein Jahr Vertrag. Das heißt, Bayern hat dann auch im Endeffekt die letzte Möglichkeit gehabt, Geld, Ablöse zu bekommen. Und von daher ging das dann recht schnell. Und konnte dann nach der WM hier alles fertig machen. Ich will nicht olle Kamellen ausgraben, aber da interessiert mich noch eins, weil ich nie die Gelegenheit hatte, dich da persönlich zuzufragen. War es so ein bisschen eine Frage der Wertschätzung, dass du vielleicht gedacht hast, vielleicht werde ich hier nicht so gewertschätzt bei den Bayern? Hierarchie, das meine ich so damit. Kommt ja immer darauf an, von wem. Also ich hatte die absolute Wertschätzung vom Trainer. Ich hatte die absolute Wertschätzung von Matthias Sommer, mit dem ich unglaublich lange schon zusammengearbeitet habe, über den Bayern-Zeitraum hinaus. Das wusste ich. Aber jetzt die zwei alleine konnten mir ... Es ist ja immer eine gesamte Entscheidung, ein gesamter Verein. Und natürlich spiegelt sich so eine Wertschätzung auch in einem Angebot. Ist ja ganz klar. Aber nicht nur. Das will ich auch klarstellen. Vielleicht war ich damit nicht immer zufrieden. Allerdings war ich mit meinem Stand als Spieler dort sehr, sehr zufrieden. Weil für mich als Spieler ist am wichtigsten, was denkt der Trainer über mich? Mit dem hatte ich ein super Verhältnis. Wir haben gleich gedacht, was die Idee, wie spiel ich Fußball betrifft. Das hat absolut gepasst. Aber es ist halt für mich schwierig, einen langfristigen Vertrag zu unterschreiben. Nur aufgrund eines Trainers, der eine Halbwertszeit hat. Heutzutage braucht man nicht lange. Vielleicht sehr lange, aber vielleicht auch sehr kurz. Von daher war das zwar schön zu wissen. Aber trotzdem im Gesamtpaket war dann für mich die Entscheidung, ich möchte wechseln. Und dann gab es die eine oder andere Option. Jetzt hat sich was getan in der Bundesliga. Trainerkarussell hat sich gedreht. HSV, Traditionsklub. Fast mehr Trainer als Punkte, sagen Spötter. Jetzt kommt Bruno Labbadia nochmal für die Schlussphase der Saison. Nachdem es vorher immer hieß, es könnte Tuchel werden. Das ist jetzt schwierig für dich aus der Ferne. Aber so ein Trainerwechsel, ein paar Spieltage vor Schluss. Macht das Sinn? Ja, das ist immer schwer zu sagen. Viele werden es dann wieder ganz schlau sein und im Nachhinein beurteilen. Hätte man nie machen sollen oder war super. Das sind immer so die Reaktionen. Aber ich glaube, sie haben ja gerade vor zwei Spieltagen den Trainer gewechselt. Und ich glaube, dieser Effekt ist ausgeblieben. Jetzt habe ich auch gelesen, dass auch der Peter Herrmann, den sie da zugeholt haben, jetzt auch mit weg nach zwei Spieltagen. Also das ist schon aus der Ferne betrachtet. Und wenn man jetzt nur liest und nicht im Verein ist, ist es schon sehr chaotisch, was in Hamburg los ist. Ich glaube, wenn man mit Hamburg, mit dieser Stadt, mit diesem Verein... Und sie haben ja die letzten zwei, drei Jahre schon so eine Vorwarnung bekommen, was passieren kann. Also ich glaube, sie waren immer unten dabei in den letzten Jahren. Und dann jetzt momentan sind sie natürlich noch nicht weg. Dazu sind noch ein paar Spieltage. Aber er letzter ist, muss schon einiges schieflaufen. Und ob das jetzt die absolute Lösung ist, wird sich zeigen. Ein schelmisches Kreischen. Und dann der Hammer, Jürgen Klopp bittet um Vertragsauflösung zum Ende der Saison bei Borussia Dortmund. Da kommen jetzt auch einige und sagen, ja, habe ich mir schon gedacht. Das war ja eine schwierige Saison für Borussia Dortmund. Wie siehst du das? Muss man nicht auch durch so eine Phase mal durch und dann mit dem gleich... Gut, der Verein hätte es ja gewollt. Aber auch der Trainer dann sagen, okay, jetzt fange ich nochmal neu an. Auch da weiß ich, es ist schwierig von draußen zu beurteilen. Aber sagen wir es mal so, hat es dich auch überrascht? Also überrascht hat es mich, ja. Weil sich das Herz für mich nicht hundertprozentig angedeutet hat. Weil er immer den Eindruck gemacht hat, noch sehr kämpferisch zu sein und so weiter. Was er jetzt glaube ich auch dann noch ist bis zum Dings. Aber ich glaube, er hat auch irgendwann mal gesagt, wenn er das Gefühl hat, nicht mehr so hundertprozentig mit Ja beantworten zu können, dass er der richtige Trainer ist. Oder dann lässt er es. Und ich glaube, wenn das jetzt halt so ist, dann zeugt es auch von einer gewissen Größe einfach zu sagen, Pass auf, das war es von mir aus. Ich glaube, der Verein hätte ihn gerne behalten, so wie tippe ich jetzt einfach mal. Und wenn er das dann so kundmacht, dann zeigt das für mich auch von Größe, sich das so einzugestehen. Ich meine, es gibt viele, die dann glaube ich krampfhaft weitermachen würden, weil sie am Job hängen und so weiter. Aber ich glaube, er hat dann doch einfach gesagt, er war sehr, sehr lange dort. Ich glaube, er hat mit Dortmund alles erreicht. Viel mehr kann man mit Dortmund nicht erreichen. Und wenn er dann jetzt selbst das Gefühl hat, nach der langen Zeit, das war es jetzt. Dann finde ich das auch absolut in Ordnung. Und muss ich auch sagen, Chapeau, dass er dann von sich aus sagt, am Ende der Saison ist Schluss. Wie findest du ihn so als Typen? Du hast jetzt Trainer wie Pep Guardiola, Ancelotti. Ich glaube, ist ja ein etwas anderer Typ. Ja, so von der Außendarstellung auch. Ist es trotzdem einer, der dir nah ist so vom Wesen? Nah, was heißt nah? Nah würde ich jetzt nicht sagen, weil ich jetzt selbst nicht so der Typ bin, der dann so rumspringt wie er. Was ich allerdings sagen muss, also ich kann ihn wie gesagt als Trainer nicht, dadurch, dass ich ihn nicht hatte, kann ich nicht beurteilen, wie er für die Mannschaft, diese offene Mannschaft wirkt. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich von außen lieber eine Pressekonferenz mit ihm schaue, als mit einem, der seine Sätze einfach runter erzählt, weil es einfach interessant ist. Ich glaube, da spricht der Fan auch. Und es ist halt ein Typ, wo man sagt, den mag man oder mag ihn nicht. Und das finde ich halt positiv. Also ist auf jeden Fall auch mal was Lustiges dabei, dann mal wieder nicht. Er hat halt seine Facetten, was er, glaube ich, auch recht gut macht. Ich komme so langsam zum Ende. Ich habe draußen einen großen Grill stehen sehen. Leider ist heute ein bisschen frisch, sonst hättest du mal zeigen können, was du am Grill drauf hast. Wie machst du das, dass du im Tippspiel, im Bundesliga-Tippspiel, so gut und so weit vorne dabei bist? Wer tippt das für dich? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wer das macht, da brauche ich nicht lange drum herumreden. Das mache ich selbst. Ich habe da zugegebenermaßen ein recht gutes Händchen bisher in diesem Jahr. Also sollte es das nächste Jahr wieder geben und ich bin jetzt hier unter den Top 20, werde ich auch meinen Rücktritt bekannt geben, weil das wird nicht zu toppen sein. Da kann man von ausgehen. Nein, ich würde jetzt auch gar nicht von Glück reden, weil das waren schon echt gute Tipps dabei gewesen, muss ich schon sagen. Ich meine, wir werden Ende Juni das Grillfest irgendwann machen. Du hast deinen wohlverdienten Urlaub, aber es kommen immer wieder die Fragen. Was macht der Kerl denn wirklich, wenn er unter den Top 20 ist? Ich meine, wenn der irgendwo in Afrika rumliegt oder so, wird das nicht funktionieren, aber kann ich da mit irgendwas rechnen? Ja, also wenn wir, also es gibt zwei Möglichkeiten natürlich. Also entweder wir finden einen guten Termin, dann bin ich natürlich persönlich da. Ich will ja meinen Erfolg auch genießen, dann ist ja klar. Dann will ich natürlich auch, dass du mir da schöne Bratwurst grillst. Das ist ja auch klar. Ich kann Thüringer, Poppes Bratwurst, Thüringer Bratwürste. Ja, deswegen würde ich ja dann auch persönlich kommen. Aber da musst du auch ein bisschen mitmachen. Also nicht nur da hinsetzen und essen. Aber was da mitmachen, die 20 Gewinner, die setzen sich da hin und lassen sich bedienen. Ich mache alles. Ja, so habe ich mir das gedacht. Ich meine, das ist ja der Lohn. Ja, stimmt. Ich meine, mit Platz 3000 musst du halt selbst grillen. Das ist halt auch so. Ja, das mache ich ja auch. Nein, also es sind ja noch ein paar Spieltage. Also noch bin ich da jetzt nicht durch. Ich glaube, ich habe auf Platz 21 oder so zehn Punkte Vorsprung. Das ist ein ganz gutes Polster, aber ich bin noch nicht durch. Und dann, wenn wir dann einen Termin finden, dann setze ich mich schon in den Flieger. Keine Sorge. Da bleiben wir in Verbindung. Du musst wirklich unglaublich sportbegeistert sein. Weil wir haben das angesprochen. NBA und Tennis sind noch so große Steckenpferde. Dann hast du noch die Zeit. Gut, das dauert jetzt nicht so lange, weiß ich ja selbst auch vom Tippen. Vielleicht geht es bei mir oft zu schnell. Aber du bist da unglaublich unterwegs. Ich habe es halt einfach so gemacht, wie du immer sagst. Mach es nicht so wie ich. Und ich habe es dann so gemacht. Und dann bist du auch auf Platz neun. Ja, wenn du es machst, wie ich auf 3.000. Ist Sport so mehr als Beruf für dich? Weil sonst würdest du ja nicht noch da links und da rechts gucken und machen und tun. Ist das ein ganz großer Punkt? Ja, schon. Also ich bin. Bei mir ist klar. Ganz klar. Punkt eins ist meine Familie. Zu 100 Prozent. Und dafür lasse ich auch. Da ist es manchmal gut, dass ein NBA nachts läuft. Weil schlafen alle. Aber ich bin ein ganz großer Teil in meinem Leben besteht auch aus Sportbegeisterung. Das ist ganz klar. Also gewisse Sachen, die mich einfach auch faszinieren. Da bleibe ich auch dran. Guckst du auch Darts? Ich gucke auch Darts. Also ja, ich gucke auch Darts. Zwischen Weihnachten und Neujahr? Ja, genau. Also die WM natürlich in erster Linie. Dann zieht sich das immer noch so ein bisschen. So die ersten Spieltage der Premier League guckt man dann immer noch so ein bisschen jeden Donnerstag. Und dann wird es dann so ein bisschen weniger wieder. Und mit der WM wird es dann wieder ein bisschen mehr. Also ich gucke das auch. Ja, ich weiß auch, dass mein verrückter Bruder da sich zu Hause vor kurzer Zeit wieder so eine Darts-Schaube hingehängt hat. Und da auch wieder jeden Tag Darts wirft. Aber das ist dann halt so ein Teil im Jahr. Also jetzt sage ich mal, dieses Basketball, Tennis, das ist schon konstanter dann. Also das sind dann so meine Sportarten. Ich bin dann auch jetzt nicht so, dass ich alles gucke. Ich bin jetzt nicht ganz so verrückt wie du, dass ich dann auch noch da gucke und da. Also ich spitaliere schon auf Basketball, Tennis, aber es läuft ja von denen auch genug. Und jetzt abschließend noch, was kannst du denn selbst am Grill? Kann man das essen oder? Das denke ich schon, ja. Das denke ich schon. Wir werden es heute leider nicht testen können, weil wie gesagt, das Wetter ist ein bisschen schlecht. Aber wenn du willst und ganz lieb bist, dann werde ich dir dann beim Grillen der Top 20 auch eine Wurst braten. Also das kriegen wir schon hin. Herrlich. Ich weiß gar nicht, wie lang wir sind, Leute. Da waren wir schon wieder 40, 45 Minuten so in dem Dreh wahrscheinlich. Ja. Dann bis hierhin erstmal vielen Dank, Toni. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es war jetzt nicht irgendwie zu viel in allem. Alles gut. Alles gut. Also ich melde mich dann schon. Wenn mir irgendwas nicht gefällt, melde ich mich. Alles gut. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt ansprechen wolltest? Was möchte ich ansprechen? Nee, war gut. War interessant. So wie gewollt. Kein normales Interview. Habe ich auch nicht erwartet bei dir. Das ist auch klar. Aber nee, hat Spaß gemacht. War sehr, sehr gut. Danke dir. Gerne. Sehr gerne. Herrlich. Kuschik. Mach's gut. Wir sehen uns heute. Vielen Dank für alles. Ja. Bis zum Grill fährst du im Sommer nicht.